Hi! Ja heute mal aus meiner Chaoswerkstatt, anders kann man das jetzt gerade nicht bezeichnen. Das ist meine Werkbank, hier muss ich unbedingt aufräumen. Die Abfallkisten voller Holz, hier stapelt sich noch das Holz und die Sägespäne, überall liegt sie rum. Und ich gebe ja zu, Ordnung ist nicht meine Stärke. Ja aber dafür steht da jetzt im Hintergrund einiges an neuen Produkten. Angefangen von den Heuhäusern, da hinten sind auch noch welche. Das ist der Restbestand von den ursprünglich 30, die ich gebaut habe. Jetzt gibt es hier auch noch solche Tunnel, die sind optional für die Heuhäuser als Tunnel zum Anbauen. In zwei verschiedenen Größen, der lange und der kürzere und das dazugehörige Eckhaus, beziehungsweise Eckverbindungshaus. Das ist halt dafür da, um die Tunnel anzupassen. Aber dazu gibt es dann ein separates Video, wenn ich den nächsten Stall ausliefere, der da im Hintergrund steht. Der soll Samstag ausgeliefert werden, wenn das Wetter mitspielt. Aber ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, damit ihr wisst, worum es dann in dem nächsten Video geht. Also hier seht ihr zum Beispiel diesen Tunnel. Da oben steht das Eckhaus. Ja und hier auf der anderen Seite diese Heuraufen. Das ist eigentlich so eine Abdeckung für diesen Verbindungsgang, der sich hier unten drunter befindet. Also wie ihr seht, war ich ziemlich fleißig. Im Videotitel könnt ihr allerdings lesen, dass es heute nicht um das Kaninchenzubehör geht, sondern um diese wirklich exzellent tollen Premium Nistkästen. Nur wo J.P.'s Abenteuerhof drauf steht, ist auch J.P.'s Abenteuerhof drin. Alle, die mich regelmäßig oder schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich Kleintierzubehör spezialisiert auf Kaninchen produziere. Und wie ihr seht, bin ich jetzt auch auf einem guten Weg, was meinen Online-Shop betrifft, weil für den Online-Shop brauche ich ja einen gewissen Lagerbestand. Ich meine, das ist jetzt noch kein richtiger Lagerbestand. Ja, das sind ja eine Handvoll Produkte und die sind wahrscheinlich relativ schnell verkauft, sobald ich die im Shop halt online stelle. Da ich aber viele von euch nicht warten lassen möchte, habe ich bisher immer die Bestellungen über WhatsApp entgegengenommen und trotzdem die Sachen versendet. Bisher habe ich sozusagen gar keinen Online-Shop gebraucht, weil das halt über WhatsApp genauso gut funktioniert. So, aber jetzt nun zu diesen Vogelhäuschen. Ich möchte euch heute mal erklären, wieso das ein Premium-Vogelhaus ist. Falls jemand zuschaut, der oder die sich informieren möchte, wie man am besten ein Vogelhaus baut, dann hör genau hin. Ich gebe jetzt hier wertvolle Tipps. Es gibt enorm viele Möglichkeiten, Vogelhäuser zu bauen. Von der einfachsten Variante, wo man, was weiß ich, weniger als 10 Euro im Laden bezahlt, wie zum Beispiel für so ein Vogelhaus. Das Ding hat einen Wert von maximal 10-12 Euro. Ist eigentlich ganz praktisch mit dieser Frontklappe. Das sind einfach unten oben zwei Leisten. Die Klappe hat halt diese andere Leiste und dann kann man das hier so ineinander stecken. Dann hält das. Nachteil ist, man hat hier einen relativ großen Spalt. Den muss man lassen, damit man die Klappe natürlich auch leicht rein und raus bekommt. Ja, und das ist einfachstes Holz. Ziemlich dünn. Auch die Grundfläche ist jetzt hier nicht so sehr groß. Aber ich weiß aus Vergangenheit, dass dieses Häuschen auch seine treuen Dienste für Mais in jeglicher Art getan hat. Denn dieses Häuschen, das habe ich nicht gebaut, sondern das hat der Vorgänger von meinem Grundstück gebaut. Der hat das halt hin und wieder mal produziert für die Nachbarn und so. Und hat das halt für ein kleines Geld verkauft. Ich habe dann vor kurzem ein paar Häuschen für mich gebaut. Einfach nur, damit ich halt hier welche habe. Und dann bin ich halt auf den Geschmack gekommen und habe mich halt auch intensiver mit dem Thema beschäftigt. Hier seht ihr zum Beispiel dieses erste Nachfolgermodell von den Häuschen, die ich vor kurzem selbst gebaut habe. Das ist ähnlich groß, wie das, was ihr gerade gesehen habt. Ja, von der Grundfläche habe ich hier, glaube ich, 12 mal 11 Zentimeter. Grundfläche innen durchaus ausreichend für Maisen. Wobei, größer geht immer. So, und das Nachfolgemodell lässt sich hier in dem Fall aufklappen, damit man das Ganze reinigen kann. Und das solltet ihr als erstes beachten. Also Vogelhäuser müssen möglichst zum Reinigen geeignet sein. Einfach nur aus hygienischen Gründen, weil die Vögelräume das nicht leer. Wenn ihr das nicht habt, dann müsst ihr nach zwei, drei Jahren spätestens dieses Vogelhaus komplett austauschen. So, also, das ist jetzt sozusagen schon mal ein besseres Modell. Und, was ihr jetzt hier unschwer erkennen könnt, diese Siebdruckplatten-Schrägdacheindeckung. Die hat natürlich den entscheidenden Vorteil, dass es erstens extrem robust ist. Siebdruck ist wetterbeständig. Das wird im Anhängerbau verwendet. Das Einzige, was man machen muss, diese Kanten, wenn man die sägt, muss man versiegeln. Das habe ich hier in dem Fall gemacht. Ja, und dann ist es auch verleimt mit wasserfestem Leim. Und demzufolge ist das definitiv wasserdicht. Ja, also hier kann kein Wasser eindringen. Das Wasser fährt hier perfekt ab. Und das Häuschen an sich ist schon mal ziemlich gut geschützt. Auch ohne Dachpappe. Also Siebdruck ist definitiv besser als Dachpappe. Könnt ihr mir glauben. Selbstverständlich könnte man auch das Vogelhäuschen so gestalten. Lässt sich für jemanden, der das selber bauen möchte, einfacher gestalten. Man kann das natürlich hier oben auch in Siebdruck herstellen. Das Einzige, was ich jetzt hier auf jeden Fall anders machen würde, ist die Länge des Überstandes hier vorn etwas länger gestalten, damit halt dieses Flugloch mehr vom Regen geschützt ist. Na, das könnt ihr jetzt hier sehen. Ich habe das deutlich weiter überstehen lassen. Abgesehen davon werden Vogelhäuser sowieso immer in Süd- oder Südostrichtung aufgehangen, weil meistens kommt ja das Wetter vom Westen. Ein riesen Vorteil von diesem Schrägdach ist, dass Fressfeinde wie zum Beispiel Matta oder Katzen es sehr schwer haben, hier drauf Halt zu finden. In Kombination mit diesem extrem glatten Siebdruck haben die gar keine Chance, sich irgendwo festzuhalten. Geschweige denn irgendwie dann hier noch hier rum zu gehen, um da drin rum zu vorwerken. Denn das passiert allzu oft, dass Katzen zum Beispiel da auf dem Baum hochklettern, dann irgendwo dastehen und dann mit ihren Pfoten hier reingehen und versuchen die kleinen rauszuholen. Im Internet findet man eine Zahl, um dies zu umgehen, sollte der Abstand zwischen diesem Loch und dem Innenbereich des Unterbodens mindestens 17 cm betragen. Ich habe mir allerdings Gedanken gemacht, wenn man das jetzt zu hoch machen würde, beispielsweise 20 cm, dann könnte es doch sein, dass die Vögel es relativ schwer haben, dann später aus diesem kleinen Loch den Weg nach draußen zu finden. Ich meine jetzt die Jungvögel, die an das noch nicht gewohnt sind, sowie die Altvögel, die da mal rein und rausfliegen. Ja, die Jungen müssen ja erstmal das Fliegen lernen und die müssen ja erstmal drinnen hochhüpfen, um den Weg nach draußen zu finden. Mein Kumpel Stefan, den habe ich im letzten Video schon erwähnt, Stefan Pirone. Ich grüße dich nochmal an der Stelle. Er hat sich schon intensiv mit dem Thema Vogelhäuser beschäftigt und hat mir sehr viele wichtige Informationen gegeben. Eine davon war, dass man sowas bauen sollte. Also man sollte das Vogelhaus mit einem Vorbau bauen. Der Hauptgrund ist, dass Fressfeinde hier definitiv mit ihren Foten nicht reinkommen, weil die müssen ja erstmal um die Ecke sozusagen rum und das funktioniert nicht. Also Katzen können nicht hier rein und dann irgendwie mit der Foto rum. Das funktioniert einfach nicht, weil der Abstand zu groß ist. Ja und prompt habe ich diese Idee, weil sie für mich logisch erschien, umgesetzt. Hier seht ihr das nächste Prototyp-Modell. Meine Instagram-Profil-Verfolger wissen das, dass ich das gebaut habe, denn das war ein Bild, was ich gepostet hatte. Und auch hier kann man diese Frontklappe öffnen, sodass man das halt perfekt reinigen kann. Ein wichtiger Tipp ist, dass die Frontklappe hier unten ein wenig übersteht. Mein Stefan Kumpel hat mir jetzt noch einen neuen Tipp verraten. Der hat gesagt, da sollte man noch eine kleine Kerbe rein sägen. Das liegt einfach daran, dass das Wasser hier besser dann abtropfen kann und nicht irgendwie nach innen läuft durch die Kapillarwirkung. Also man kann das hier unten überstehen lassen. Der Vorteil ist, man hat hier so eine Grifffläche, wo man das perfekt hochklappen kann. Man könnte jetzt auch hier eine Schraube reindrehen und beim Reinigen halt die Schraube wieder rausdrehen. Ich habe mich jetzt hier für diese Riegel entschieden. Die lassen sich beliebig leicht auf und zu drehen. Die sind auch aus Siebdruckplatten, ringsherum versiegelt. Also das Ganze ist auch sozusagen dauerhaft wetterfest. So, was unterscheidet jetzt dieses Vogelhaus von dem da im Hintergrund? Na, könnt ihr es erkennen? Klar, das Erste fällt sofort auf. Dieses ist nicht gestrichen, das ist gestrichen. Und dieses wird auch nicht gestrichen. Warum nicht? Weil das ist ein spezielles Holz, nennt sich sibirische Lerche. Lerche kostet ungefähr, ich weiß jetzt gar nicht genau, zwei oder dreimal so viel, wie die Kiefer oder Fichte, die man bei uns so handelsüblich kaufen kann. Aber die sibirische Lerche hat den Vorteil, dass man sie nicht streichen muss oder nicht zwingend streichen muss. Und sie ist extrem widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, also nahezu wasserfest. Ich selbst habe hier noch damit noch keine Erfahrung gemacht, habe das nur halt gelesen, dass das halt so ist. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Serienreifmodelle aus der sibirischen Lerche zu bauen. Denn das bringt es einen, ein Vogelhaus für was weiß ich, 15 Euro, so ein Billighaus zu kaufen. Und nach ein, zwei Jahren ist es vielleicht schon, geht es auseinander, das taugt einfach nichts. Denn ich bin lieber einer, der einmal was richtig kauft, beziehungsweise auch baut. Und dann, ich denke mal, zehn Jahre locker dran Freude hat. Und dann rechnet sich da auch der geringfügige Mehrpreis. So, für die Grundfläche, damit ihr das auch mal gehört habt, also Meißenkästen sollten so ungefähr 12x12 cm Innengrundfläche haben. Ich habe jetzt hier knapp 11x14 cm, weil das Holz halt so war. Ich habe das dementsprechend angepasst. Ist auf jeden Fall ausreichend für Meißen. Zumal das hier, das Modell, das ist die sogenannte Blaumeißenhütte. Ja, könnte man jetzt taufen. Weil dieses Loch, das hat jetzt exakt 28 mm Durchmesser. Merkt euch diese Zahl. Die ist perfekt für kleine Meißenarten, wie zum Beispiel die Blaumeiße. Die etwas größere Kohlmeiße, die benötigt beispielsweise zu 32 bis 34 mm, damit die dann halt hier durchpasst. Vögel stehen grundsätzlich, glaube ich, unter Naturschutz, zumindest einige von denen. Und die Blaumeiße ist noch weniger vertreten als die Kohlmeiße. Deswegen habe ich jetzt erstmal hier ein paar Blaumeißenkästen gebaut. Ja, der Nachteil ist, wenn man jetzt das Loch von vornherein größer macht, könnte es sein, dass die Kohlmeiße, die halt stärker vertreten ist, diese Häuser eher an Beschlag nimmt. Und die Blaumeiße keine Nistkästen findet. Und mit der Größe des Loches kann man sozusagen beeinflussen, dass hier definitiv keine Kohlmeiße reingeht. Es sei denn, die Kohlmeiße pickt sich das Loch größer. Was hier aber relativ unwahrscheinlich ist. Und schaut mal, wie dick das Holz ist. Das sind nämlich 25 mm. Ja, und wenn jetzt hier ein Vogel dann rumpickert, dann braucht er schon eine Weile, ehe er dann hier das Loch größer gemacht hat. Ich habe auch schon gehört, dass Spechte beispielsweise die Vögelkästen kaputt pickern und sich dann auch die Jungen rausklauen. Oder die Eier oder so. Aber ich sage mal so, wenn die Wandstärke dicker ist, als bei so einem ganz billigen Vogelkasten, kann man schon mal nichts falsch machen. Also dann hat es ein Eindringling deutlich schwerer hier durchzukommen, als wenn es so ein ganz dünnes Holz wäre. Aufgrund meiner Profimaschinen habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit, dieses Holz perfekt abzurichten, abzuhobeln, dass das wirklich alles passt, dass die Maße stimmen. Man muss nur bedenken, Holz, das arbeitet nach wie vor. Ja, es könnte natürlich passieren, dass wir irgendwie Spaltmaße immer noch beispielsweise an der Frontklappe, die ja beweglich ist, entstehen. Deswegen habe ich jetzt auch die Riegel. Normalerweise klemmt die so stark, dass man die nicht braucht. Ja, und ansonsten wäre es sinnvoll, wenn man an dem Boden Löcher bohrt. Hier vorne hat man eh einen kleinen Spalt durch die Frontklappe. Ich habe das extra so gemacht, einen Millimeter kürzer gesägt, damit die Belüftung da ist. Damit wir sagen, hier, wenn Wasser drin ist, das auch rauslaufen kann und wenn das innen drin feucht sein sollte, aus welchem Grund auch immer, das dann wie so ein Durchzug ist. Also Durchzug nicht wirklich, aber halt hier oben kann Luft rein, hier unten kann Luft rein und das Ganze kann atmen. Das wäre vielleicht das richtige Wort. Für das Zusammenbauen des Holzes verwende ich diese langen Nägel. Die sind wirklich sehr lang, wie man sehen kann, gehen die über die Hälfte in das gegenüberliegende Holz rein. Zusätzlich verwende ich so einen Holzleim, der ist wasserfest. Von Uhu ist aber egal, welcher Hersteller, ich nehme jetzt immer den, weil der ist relativ zähflüssig, tropft nicht so schnell und wie gesagt, wasserfest. Und das ist hier entscheidend, weil das Haus ist ja außen. Ja, die Tackerdinger, die sieht man halt kaum, deswegen nehme ich die. Man könnte natürlich jetzt auch Schrauben nehmen, wenn jetzt jemand einen Nagler nicht zu Hause hat. Was ich auf jeden Fall schraube, das ist hier diese Befestigung. Dieser Stiel hier hinten dient dazu, das Vogelhaus irgendwo zu befestigen. Den habe ich auch bewusst etwas dicker gestaltet und dann hier diese Löcher reingebohrt, da und da. Und da kann man jetzt mittels Schraube den irgendwo an ein Holz schrauben. Ich denke, ein normaler Baum sollte es verkraften, wenn man da eine Schraube durchdreht. Ja, besser wäre es, wenn man das mit einem Band, mit einem Spanngurt oder so unten und oben um den Baum rum fixiert, anspannt. Und dann muss man das halt, was weiß ich, nach zwei Jahren mal ein bisschen erweitern, weil der Baum ja wächst. Bevor der Spanngurt in den Baum einwächst, kann nämlich auch passieren. Einen richtig coolen Premium-Vorteil habe ich noch vergessen zu erwähnen, den nenne ich euch zum Schluss. Ich hatte ja vorhin erwähnt, wenn der Abstand zwischen diesem Loch und dem Boden zu groß ist, haben es vielleicht die Jungvögel schwierig hier rauszukommen. Allerdings nicht bei diesem Premium-Kasten. Da habe ich mir nämlich folgendes überlegt. Das seht ihr jetzt hier an dieser Fotoaufnahme, denn innen diese Klappe, die jetzt hier verschlossen ist, ist im verschlossenen Zustand ungefähr ein Zentimeter unter dem Flugloch und bietet eine zusätzliche Sitzmöglichkeit für die Vögel. Sprich, wenn die Vögel raus wollen, können die hier drinnen hochspringen, hier innen auf diese Klappe sich draufstellen. Da haben die schon mal eine Möglichkeit, sich festzuhalten. Dann kriechen die durch das Loch hier durch und ich habe hier extra bewusst so eine dicke Leiste genommen und nicht so eine dünne, wie das bei den herkömmlichen Häusern der Fall ist. Weil hier draußen können die sich dann auch nochmal draufsetzen und dann haben die hier eine ordentliche Plattform, können hier draufstehen ordentlich und können halt hier so als Stadtrampe das nutzen und halt perfekt ihren ersten Flug versuchen. Ein kleines Detail hier oben, das habe ich noch abgeschrägt. Warum? Auch des Regens willen, weil wenn es hier regnet, dann kann der Regen besser abfließen und das wäre nicht so gut, wenn das hier oben auf das Stirnholz sich sammelt. Auch der Schnee und so, das kann dann besser hier runterrutschen. Ja und ich hatte es ja schon erwähnt, wenn J.P.'s Abenteuerhof draufsteht, dann ist J.P.'s Abenteuerhof drin. J.P.'s Abenteuerhof steht für Wahnsinnsqualität, alles wirklich präzise, geht durch meine Hände, ist halt wirklich hochwertig gebaut. Nicht nur die Vogelhäuschen, sondern auch alles, was ihr da im Hintergrund seht. Ohne mich selber loben zu wollen, aber das muss auch mal sein, ja. Also ich kenne keine Vogelhäuschen in dieser Qualität für diesen Preis. Ich habe das Internet durchforstet, habe halt welche gefunden, für 10 Euro ging es los, dann weit über 30, 40, 50 Euro. Ich habe welche gefunden, die waren halt wirklich nicht durchdacht. Ein Anbieter konnte ich finden, der hat das ganze Ding aus Siebdruck gebaut. Ja, optisch ist halt das auch nicht so der Puller gewesen. Dann hat er auch die Kanten nicht versiegelt, das ist aber wichtig. In der Produktbeschreibung stand drin, dass die keinen Wert auf Optik legen, aber dann halt das Langlebige steht bei dem Vordergrund. Klar, Siebdruck ist extrem langlebig, wenn man diese Kanten versiegeln würde. Aber warum nicht beides? Also Optik und Langlebigkeit. Ihr könnt ja gerne mal raten, was dieses hochwertige Vogelhaus Premium Qualität 5 Sterne Luxushotel für Meißen kostet. Kurze Bedenkzeit. Also bei mir kostet es unter 30 Euro, nämlich exakt 29,90 Euro. Zuzüglich 6 Euro Versandkosten, es sei denn, man kauft es hier direkt bei mir. Ja, leider habe ich nur 10 Stück vorrätig. Also ich habe es halt nicht geschafft mehr zu bauen, weil ich halt auch viel Entwicklungszeit jetzt hier investiert habe und nebenbei noch ein paar andere Dinge machen musste. Also falls ja jemand unbedingt noch so ein Vogelhaus möchte, dann sollte er es sofort bestellen und nicht lange warten, weil die Vögel ziehen in der Regel so im März ein. Also spätestens gegen Ende März sollte man die Vogelhäuser hinhängen, um halt noch das Glück zu haben, dass hier ein Vogel in diesem Jahr einzieht. Falls es doch nicht einzieht, wie gesagt, die Häuser halten sehr, sehr lange, bin ich mir sicher, dann zieht halt im nächsten Jahr eins ein. Und falls du kein Grundstück zu Hause hast oder keine Möglichkeit hast, so ein Vogelhaus irgendwo hinzubauen, damit du halt selber auch die Vögel beobachten kannst, Für dich habe ich auch eine geniale Lösung, aber dazu verrate ich in diesem Video noch nicht allzu viel, beziehungsweise gar nichts. Das Ganze braucht ein bisschen Zeit und die habe ich momentan nicht, weil ich ja erstmal mein Kaninchengege noch weiterbauen muss und noch ein paar andere Projekte vorher anstehen. Aber ich sage mal so, für nächstes Jahr wird es mit diesen Vogelhäuschen ein interessantes Projekt geben. Und ich freue mich da jetzt schon drauf, weil ich baue diese Teile wahnsinnig gerne. Ich baue die sogar lieber als das da hinten. Keine Ahnung, woran das liegt. Also Vogelhäuser faszinieren mich irgendwie noch mehr als Kaninchenzubehör. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Doch, eins habe ich noch vergessen, das ist ein Nachtrag, den füge ich jetzt kurz hier ein. Also diese Häuschen in 28mm Durchmesser sind ja jetzt für die Blaumeisen und ähnlich große Vögelchen, dann die 32mm und 34mm für die anderen Meisen und so weiter, ja. Dann gibt es aber noch Vögelchen, die brüten in sogenannten Halbhöhlen. Also das ist halt nicht mit einem Loch, sondern da ist halt das Haus oben der Einflug offen. Es gibt auch Spatzen, die sind auch mehr so in solchen Höhlen oder es gibt so Spatzenhäuschen. Ja, da gibt es die verrücktesten Varianten. Der Stefan hat ja ein paar von denen gebaut, hatte ich ja im letzten Video gezeigt. Und dann gibt es auch noch die größeren Vögel, wie zum Beispiel die Stare, Starrkasten. Und die brauchen einen 45mm Durchlass. Also das Loch muss 45 sein und natürlich muss der Innenraum deutlich größer sein. Die Grundfläche sollte hier 18x18cm betragen und der Abstand zum Flugloch kann locker 25cm sein. Ja, diese Häuschen werde ich alle noch bauen, wenn die Zeit es zulässt. Nicht jetzt, ja, jetzt habe ich mich erstmal auf diese Meisenhäuschen spezialisiert und später wird es dann halt auch noch die anderen Varianten geben. Denn ich bin ein Naturfreund und Naturfreunde, die müssen einfach die Vögel unterstützen, geht gar nicht anders. Weiter im Programm. Also, jetzt wisst ihr Bescheid, Vogelhäuschen gibt es dann auch in meinem Kleintiersortiment. Danke fürs Zuschauen, ciao, bis zum nächsten Mal, sagt euer Jörg.